Genau, jetzt filmt er. Er blinkt auch bei dir glaube ich, ne? Gut. Test 1, 2, 3. Klick. So. Gegen das? Mit Katze die ganze Zeit im Hintergrund, die nur am Scheiße machen warst du, mitgekriegt? Ne. Im, ne, ach. Nein, nein, Mann. Scheiße, Mist. Alles so Dreckverdammt im Kopf. Sag mal. Winke, winke. Deshalb sag ich mal, tschüss, ich schneide mal ihn. Scheiß Dreck. Das kennt ihr eben aufgrund, oh, entschuldigt bitte, die Autoren. So, der rote Punkt ist an, ne? Ja. Nicht zu schnell bewegen. Okay. Euer Lars. Tschüss. Ja, boah. Also, ich finde, das ist undeutlich, Lars. Obwohl ich da scharf gestellt habe. Und jetzt? Also, so richtig, naja, geht so. Ach, das sitzt da wieder zum Kotzen alles. Jetzt gilt schon. Na gut. Und damit verabschiede ich mich mal in, ähm, mit diesem, und damit verabschiede ich mich hier bei diesem Video zu diesem Thema. Filmt das Dingel? Juhu, es läuft. Ey, Golfflieger nicht abstürzen. So. Sitzt alles. Sitzt, wackelt unter der Luft. Ich brauche einen BH. Verdammt, ey. Ähm, na ja. Gut. Hm. Was erzähle ich denn jetzt überhaupt? Zitiert und dargelegt. Oh, Telefon. Ach, das ist doch scheiße. Das ist doch noch zu hoch. Ja, bitte. Filmt er jetzt? Hier blinkt was. Na, na. Der will es nicht. Dein Kopf ist ja gar nicht ganz drauf. Na, na. Du machst immer alles Brot. Winke, winke. Ich mach dir auch nicht nur Sinn zu. Ich bin ein, wie heißt das noch? Zombie. Nein, na. Test. Ach, läd mich am Arsch. Boah, Gesundheit. Ah. Tschika, 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 tschika. Man kann es auch übertreiben mit dem Krach hier auf der Insel. Oder ihr hockt euch. Dann passt es auch. Oder ganz auf die Teller hinaus. Ja, aber das muss höher. Guck mal, das muss noch ein Stück höher. Ja, viel. Ich denke, das reicht schon. Stellt euch mal hin, damit ich euch habe. Oh, der filmt ja immer noch. Ja, dann machen wir auf Start. Ja, hab ich schon. Ach so, ja. So, jetzt sag mal was. Dunkel war's, der Mond schien helle, als ein Wagen blitzeschnelle langsam um die Ecke fuhr. Drinnen saßen stehend Leute, schweigend im Gespräch vertieft, als ein totgeschossener Hase auf der Sandbank Schlittschuh lief. Auf einer grünen Bank, die gelb angestrichen war, saß ein blond gelockter Jüngling mit kohlraben schwarzem Haar. Neben ihm eine alte Schrulle, die kaum 16 Jahre alt war. In der Hand eine Butterstulle, die mit Schmalz bestrichen war. Und sie sang, du blond gelockter Jüngling, du heiß geliebtes Trampeltier, Augen hast du wie Sardellen, alle Ochsen gleichen dir. Ich liebe dich wie Apfelfuß mit stinkender Komade und mein Herz sticht wie ein Pferdefuß in meiner linken Wade. Fertig. Das dort, ach scheiße, ach mein Gott, nee. Geht das, geht's noch? Hei Maschka. War jetzt auch ein Video, ja. War jetzt ein Video? Ja. Meinst du, ich hab keine Kamera für Video? Du weißt, ne? Ja, dann werde ich mal mein Brandopfer hier hinlegen. Ja, sehr gut. Dann legen wir mal los. Eidewitzka, ja Kapitän. Ciao. Ciao.